Das hat dem Vorstand der KV auch richtig viel Spaß gemacht, weil wir durch diese Situation in der Lage oder uns auch in der Lage gesehen haben, ganz viele bürokratische Hürden und Hindernisse einfach mal so beiseite zu wischen, unter denen unsere Ärzte in eigentlicher Niederlassung immer wieder leiden müssen. Ja, einen schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Minister. Ich bin unheimlich stolz, dass Sie zu mir gekommen sind, dass Sie zugesagt haben in unseren Talk. Sie sind jetzt hier bei uns in Rheinland-Pfalz seit drei Monaten, seit einem Quartal, für uns Ärzte, wir zählen ja immer im Quartal, im Amt. Sie sind eingestiegen, ja schon, ja, in einer Krisensituation bezüglich Corona, wobei zu dem Zeitpunkt war es gerade schon mal relativ stabil. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Dann kam die Hochwasserkatastrophe dazu. Was würden Sie sagen, was habe ich mir da angetan oder wie haben Sie die ersten drei Monate empfunden? Also Herr Bartels, herzlichen Dank für die Einladung. Heute ist genau der hundertste Tag, wo wir aufzeichnen. Insofern haben Sie das Jubiläum gut getimt. Und natürlich gibt es für den Gesundheitsminister nichts Schöneres, als das morgens erstmal bei der KV zu verbringen in so einem Podcast. Das waren wahnsinnig intensive hundert Tage und ein Start. Ich habe das aber noch überhaupt keinen Tag bereut, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein Ministerium mit wunderbaren Themen, die alle sehr viel unmittelbar mit den Menschen zu tun haben. In dem gesundheitlichen Aspekt ist das jedem augenfällig, aber auch in dem wissenschaftlichen Bereich macht uns natürlich besonders stolz, dass wir jetzt den Beweis angetreten haben mit BioNTech und dem Impfstoff aus Mainz, dass Wissenschaft einen ganz konkreten Standortvorteil für ein Land bietet und für die Menschen, die in dem Land leben. Und wir auch nicht mehr erklären müssen, wieso Wissenschaft so bedeutend ist. Und diese Kombination ist als neuer Minister natürlich herrlich. Und Sie haben völlig recht, das war in der ersten Zeit mit Corona eine sehr große Herausforderung. Wir sind jetzt auch wieder in einer Phase, in der die Herausforderungen größer werden. Aber wir sind auch in einer Phase, in der wir jetzt sagen können, jeder Erwachsene hat ein Impfangebot. Und das macht eben auch was mit einer Pandemie. Wie die Auswirkungen aussehen, müssen wir sehen. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, auch für die nächsten drei Monate. Ja, wir haben ja auch schon gelernt in dieser Krise. Also ich glaube auch, was die Zusammenarbeit angeht zwischen KV und Ministerium, auch da war es so, das hat uns ja alles überrannt mit der Corona-Zeit und da haben wir viel dazugelernt. Und es sind viele, ich sage mal, regelmäßige Kontakte jetzt mittlerweile entstanden, die uns doch sehr, sehr geholfen haben, über diese Zeit hinweg zu kommen, ohne Frage. Also das muss ich schon sagen, das läuft auch wirklich sehr gut. Klar, dann kam diese Hochwasserkatastrophe dazu. Das war natürlich auch, was die Gesundheitsversorgung vor Ort ging. Oder ist immer noch eine ziemlich schwierige Situation für die Menschen dort vor Ort. Aber auch da, denke ich, haben wir alles in Bewegung setzen können. Ich glaube, zumindest die erste Not jetzt zu lindern. Und jetzt dauert es halt eine ganze Zeit lang, bis alles wieder aufgearbeitet ist und aufgebaut ist. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Und Sie sagen das ja völlig richtig, also diese Startzeit war zweigeteilt. Wir hatten die erste Hälfte Pandemie und jetzt die zweite Hälfte Hochwasser. Und das hat nochmal eine ganz unmittelbare Auswirkung. Aber ich möchte das jetzt auch einfach mal nutzen, mal Danke zu sagen, weil Sie mit Ihren Ärztinnen und Ärzten natürlich vor Ort unmittelbar die Versorgung wieder sichergestellt haben. Zum Teil in den Wohnzimmern der Ärztinnen und Ärzte oder in Containern oder in Zelten oder Bussen. Sehr pragmatisch. Und dabei haben wir auch dramatische Situationen in den Praxen erlebt. Und natürlich haben wir sehr viel über die stationäre Versorgung geredet vor Ort und die Herausforderung, Kliniken wieder ans Netz zu bekommen. Aber die ambulante Versorgung hat einfach die Sicherheit der Menschen getragen. Und das war ein tolles Signal, auch in der Bevölkerung, dass jeder zu jeder Zeit seine Impfung bekommen konnte. Es gab ja eine unheimliche Nachfrage auch wieder nach Tetanus und anderen Dingen. Aber auch die vielen alltäglichen Dinge, die auftauchen, wenn man eben aufräumt oder arbeiten muss zu Hause oder als Helfer im Einsatz ist, kommt es zu Verletzungen, kommt es zu Blessuren und auch mal zu Infekten. Und deswegen herzlichen Dank, dass das so gut geklappt hat. Konkret, das waren alles Herausforderungen, aber richtig konkrete Klagen oder Beschwerden sind nämlich nirgendwo angekommen. Das zeigt eigentlich, wie toll das gelaufen ist. Ja, und Sie werden es kaum glauben, das hat dem Vorstand der KV auch richtig viel Spaß gemacht, weil wir durch diese Situation in der Lage oder uns auch in der Lage gesehen haben, ganz viele bürokratische Hürden und Hindernisse einfach mal so beiseite zu wischen, unter denen unsere Ärzte in eigentlicher Niederlassung immer wieder leiden müssen. Eine Nebenbetriebsstätte muss erst genehmigt werden, das muss erst durch verschiedene Gremien durch und und und. Und wir haben einfach in dieser Notsituation, also die Möglichkeit in Anspruch genommen und gesagt, jetzt muss es einfach laufen, die Gesundheitsversorgung und all diese ganzen Aufwendungen, die dann der Arzt machen muss, um normalerweise eben halt eine Zweigstelle zu eröffnen oder so, das haben wir einfach vom Tisch gewischt. Und das ist gut gelaufen. Hat Spaß gemacht. Ja, Sie haben es bereits erwähnt, das Ministerium ist ja auch etwas umgeordnet worden, Wissenschaft ist mit dazugekommen. Dann natürlich auch eine personelle Ohrrate mit Ihnen, auch mit dem Staatssekretär. Ich habe einfach mal die Frage, ich weiß nicht, ob Sie es beantworten können oder sowas, hatte das auch neben politischen Gründen auch inhaltliche Gründe, dass man gesagt hat, okay, man möchte gerne einen neuen Wind ins Ministerium bringen, in die Gesundheitspolitik hier im Land Rheinland-Pfalz? Also zunächst hatte der personelle Wechsel an der Spitze des ehemaligen Arbeits- und Gesundheitsministeriums politische Gründe. Sabine Betzing, als meine Vorgängerin im Amt der Gesundheitsministerin, hatte da einen grandiosen Job gemacht und hat sich um den Fraktionsvorsitz beworben. Und dann ist das, wie Personaltabeaus funktionieren in einer Regierung. Tatsächlich, was den Zuschnitt der Ministerien angeht, war es aber Ministerpräsidentin Malu Dreyer sehr wichtig, auch die Kerninhalte der Sozialdemokratie in dieser Koalition auch im Ministeriumszuschnitt abzubilden. Das heißt, dass man sagt, wir wollen auch deutlich machen, wir stehen in einem Veränderungsjahrzehnt und das betrifft alle gesellschaftliche Bereiche. Und deswegen ist der Bereich Arbeit, Digitalisierung, Transformation gegliedert worden, weil es uns darum geht, deutlich zu machen, wie eng das verzahnt ist. Digitalisierung durchfließt alle Lebensbereiche und wir können an keiner Stelle stehen bleiben. Und diese Transformation ist nicht einfach nur, wir machen jetzt überall Glasfaser in den Boden, da kommen wir ziemlich gut voran, sondern es geht auch darum, Menschen weiterzubilden, in der Transformation mitzunehmen, sie auf die neuen Lebensumstände und die Techniken einzuführen. Und deswegen ist Arbeit, Soziales und Transformation so eng beieinander. Und der andere Bereich ist das, was ich eben gesagt habe. Da geht es darum zu sagen, wie verschränken wir eigentlich das, was jeden Tag in unserem Land erforscht wird. Bleiben wir mal in dem medizinischen Bereich, also nicht nur Biontech, sondern auch von den Pharmaunternehmen, die wir im Land haben, auch von den ganz vielen Hidden Champions, die ja mit Medizintechnik uns auch durch diese Krise getragen haben. Und die gesundheitliche Versorgung zu sagen, das ist ein Meilenstein für die Versorgung der Menschen vor Ort. Das beschäftigt uns ja miteinander und dass wir in diesen beiden Ministerien deutlich machen, Veränderungsjahrzehnt bedeutet auch, dass man nochmal neu auf politische Zusammenhänge geht. Ja, klar. Und so kam also beides zustande. Wir sind, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr glücklich über diesen neuen Zuschnitt. Also ich finde ihn sehr, sehr interessant und wie gesagt, die Wissenschaft war immer so ein bisschen ausgegliedert und dieser Zusammenhang, den finde ich ganz, ganz wichtig. Wir in Rheinland-Pfalz sind gut aufgestellt diesbezüglich. Also das hat meiner Meinung nach sehr viel Sinn gemacht. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt, die Menschen müssen wir mitnehmen im Bereich der Digitalisierung natürlich, auch im Bereich der Gesundheitsversorgung. Das ist ein schöner Satz, an den ich gerne anknüpfen möchte. Wir haben schon eine schwierige Situation. Ja, also wir sehen ja, die Arztzeit nimmt ab. Es sind nicht unbedingt die Köpfe, aber wir haben Versorgungsprobleme mit, im ländlichen Bereich, vor allem in der Niederlassung, aber auch in den Krankenhäusern, wo früher die Chefarzte, ich sage mal mal, stapelweise, als ich mich noch bewarben habe, stapelweise Bewerbungen hatten und einen da einmal herausziehen könnten. Auch da ist das nicht mehr so. Und wir müssen, diesbezüglich müssen wir Veränderungen gemeinsam gestalten. Das bleibt uns nichts anderes übrig. Die KV ist dabei, auch zum Beispiel, was die Bereitschaftspraxisversorgung angeht und so was, auf diese Dinge einzugehen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, also, dass dieser Versorgungsengpass gekommen ist, das ist ja ein langer Prozess. Ja, der im Prinzip im Bereich, ich glaube, um die Wände herum wurden die Studienplätze auch deutlich reduziert. Und wir können natürlich das so schnell auch nicht wieder umdrehen, indem wir jetzt neue Studienplätze schaffen, das dauert zwölf Jahre. Aber wir müssen eigentlich auch, ich sage mal, der Bevölkerung mitteilen, es wird sich was verändern. Und da habe ich oftmals das Gefühl, dass wir da nicht so gute gemeinsame Spieler sind, dass man den Menschen tatsächlich auch mal die Wahrheit vor Ort sagt und sagt, ja, es wird nicht mehr so sein, wie es früher war, dass du in jedem Dorf, in jeder Gemeinde eine ärztliche Versorgung findest, sondern wir werden versuchen, das umzugestalten und neu zu gestalten, eventuell mit der Umgestaltung sogar das besser zu machen. Aber da dieses Gemeinsame, das fehlt mir immer, weil oftmals ist es so, dass wir immer gescholten werden. Das ist letztendlich die KV, die keinen Arzt dorthin schickt. So haben wir das auf vielen Bürgerversammlungen, auch mit Frau Betzing-Lichtentheller erlebt. Teilweise sind wir ja sogar mit Tomaten beworfen worden. Wir hatten ja hinterher auch gar keine Lust mehr. Aber wir haben ja nun keine Ärzte, die wir unten im Keller auftauen können und dort dann hinschicken können. Warum können wir nicht gemeinsam tatsächlich den Menschen sagen, jo, es wird sich was ändern und es wird nicht mehr so sein, dass du in jedem Ort einen Arzt hast? Also es gibt ja heute schon nicht in jedem Ort einen Arzt. Und wir haben einen Drang dazu. Sie haben zu Recht gesagt, es gibt noch genug Köpfe möglicherweise, aber nicht mehr so den Arzt am Patienten, wie wir uns das gemeinsam miteinander vorstellen. Und wir sehen ja einen gewissen Druck der Niederlassung in den Ballungszentren, vielleicht wo auch ein besserer, also ein Klientel ist, mehr Privatpatienten und andere Dinge und ein Rückgang im ländlichen Raum. Und ich bin froh, dass wir ja letzte Woche schon miteinander vereinbart haben, Herr Heinz und Frau Römer vom Hausärzteverband, dass wir sagen, wir beleben wirklich nochmal den Masterplan Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Das ist jetzt unter Corona ein bisschen eingeschlafen miteinander und trotzdem sind die Probleme noch genauso drängend. Und Sie sagen, das drängender als vor zwei Jahren. Auf der anderen Seite, Sie sagen jetzt, die KV kann den Arzt nicht in den ländlichen Raum bringen, die Politik auch nicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir zusammenarbeiten. Der Arztberuf ist ein freier Beruf und die Sicherstellung der Versorgung liegt nun mal bei der KV. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck bisher gehabt, dass die KV sich wünschen würde, dass das Ministerium da sehr steuernd eingreift, sondern die Selbstverwaltung wird hochgehalten und das aus gutem Grund. Und die Rahmenbedingungen müssen wir gestalten. Wenn Sie jetzt Bereitschaftsdienstzentralen ansprechen oder die 116, 117, das sind natürlich massive Dinge, die auch vor Ort bei mir ankommen. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass die KV und natürlich die Ärzte, die die Bereitschaftsdienstzentrale bestücken müssen, sich angucken. Lohnt das wirklich nachts da, zwei, drei Menschen sitzen zu haben für die zwei Patienten, die kommen? Oder ist es dann effizienter, wenn einer anruft, sie zum Hausarzt zu schicken? Sie haben ja auch so ein elektronisches Anamnesetool, was uns ein gutes Vorscreening macht. Auf der anderen Seite sind das immer subjektive Komponenten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die KV da sehr viel mehr erklären würde und sehr viel offensiver in die Kommunikation eintreten würde. Weil hinten raus das zu erklären, wenn die Stimmung schon mal hochgekocht ist, ist dann immer viel schwerer, vor allem für die Politik und für Sie. Wie Sie zu Recht sagen, ich könnte es mir ja leicht machen. Ich könnte sagen, das ist die KV, die muss die Bereitschaftsdienstzentralen organisieren, die muss die 116, 117 vernünftig ans Laufen bekommen. Aber wir wollen das ja gemeinsam machen, weil das nutzt gar keinem. Wir haben das gemeinsame Interesse, dass Menschen sich gut versorgt fühlen und dass, wenn sie einen akuten Notfall haben, auch eine gute medizinische Versorgung bekommen. Dafür haben wir Krankenhäuser und Notaufnahmen. Und dann gibt es aber Situationen, in denen braucht man trotzdem auch nachts oder am Wochenende mal medizinische Hilfe. Und das müssen Sie sicherstellen. Und für alle anderen Fälle, da bin ich bei Ihnen, ist ein gewisser Bewusstseinswandel auch vernünftig, dass man sagt, man braucht nicht jeden ärztlichen Rat nachts um zwei. Nämlich zu fragen, ob ich am nächsten Morgen, wenn ich das letzte Antibiotikum bekommen habe, wieder nachmittags einen Sekt trinken darf. Und ich kenne von Ihren Kolleginnen und Kollegen alle Fragen, die manchmal nachts am Telefon gestellt werden. Das ist aber ein Bewusstseinswandel, der sich sehr langsam vollzieht. Und wenn es eine gute Service-Nummer gibt und die 116, 117 gut funktioniert, dann ist das ein Modell, was ja auch andere Länder Europas schon so umgesetzt haben, mit diesem hausärztlichen Notdienst per Telefon. Und wenn viele Leute mitbekommen haben, dass es auch funktioniert, wenn man es braucht, dann wird es ein Selbstläufer. Aber bis dahin würde ich mich freuen, wenn die KV auch mit uns gemeinsam in einen gewissen Kommunikationspfad geht. Das tun wir auf jeden Fall. Selbstverständlich. Naja, also es ist ja nicht so, dass wir das freiwillig gemacht haben sogar. Die 116, 117 und diese Servicestelle 24-7 ist ja im Prinzip auch bundespolitisch umgesetzt worden. Und das an sich hat dann eben die Möglichkeit eigentlich erst geschaffen. Da ist ein neues Versorgungsangebot. Dann kam Esmet als dieses elektronische Tool dazu. Und dadurch ist eigentlich erst die Möglichkeit geschaffen, zu sagen, okay, man kann eine gewisse Vorselektionierung machen. Und ich kann Ihnen auch schon sagen, ich meine, es ist halt natürlich schwierig, mit dieser ganzen Corona-Zeit tatsächlich wissenschaftlich absolut hinterlegt. Aber wir haben deutliche Reduktionen in den Bereitschaftspraxen an Patientenzahlen. Und wir haben auch, und das kann man auch nachweisen, Reduktionen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. Und ich glaube, da ist nicht nur Corona dran schuld, dass die Menschen eben halt vorsichtig waren, eben mal da zum Arzt zu gehen oder zur Praxis zu gehen, sondern da ist auch dieses Steuerungssystem, glaube ich, sinnvoll. Aber wir haben das geschaffen, weil wir auch gedacht haben, es ist durchaus eine Verbesserung. Ja, es macht mehr Sinn, den Patienten in die richtige Versorgungsschiene zu lenken, als eine offene Tür zu haben. Und jeder kommt die Tür hinein, ob er da richtig ist oder nicht richtig ist. Und das glaube ich, das ist ein System, dass wir durchaus, wenn wir es dann gemeinsam propagieren können und gemeinsam erklären können, ja, auch wir haben da Fehler gemacht am Anfang, gebe ich zu. Wir sind da übrigens viel schlauer geworden mittlerweile, bevor wir sowas umsetzen, kommunizieren wir das wirklich mit allen vor Ort im Land und versuchen, das zu erklären. Aber nach wie vor, wie gesagt, fehlt mir dann manchmal dann auch so ein bisschen die Unterstützung, auch den Patienten auch mal oder den Menschen auch mal zu sagen, habt keine Angst, das wird nicht schlechter. Ja, wir versuchen sogar mit den Ressourcen, die wir haben, sogar besser zu machen. Notfallversorgung ist insgesamt ein Thema, das am Ende der Bundeslegislatur jetzt noch mal verschoben worden ist. Je nachdem, Ihre Partei hat ja momentan einen großen Auffind, vielleicht kriegen wir ja auch da noch mal einen SPD-Gesundheitsminister. Das wird sicherlich auch noch mal Thema sein, wie können wir Notfallversorgung gestalten, auch in den Krankenhäusern. Wir haben das Problem, ich wollte es Ihnen auch ein paar noch detailliert erzählen und das haben wir gestern, wir hatten gestern unsere Haushaltssitzung. Wir bekommen, das ist nicht der Grund, warum wir es umgestalten haben. Umgestaltet haben wir es, weil wir zu wenig Ärzte haben. Aber die Finanzierung ist auch ein großes Problem. Wir haben einen Aufwand pro Patient in der Nacht oder am Wochenende von 105 Euro. Das ist unser Haushaltsergebnis. Und wir können abrechnen mit der Krankenhäuser 21 Euro. Und da dieses riesige Delta, das müssen wir auch mit ärztlichen Honoraren oder mit Verwaltungskostenumlagen irgendwie finanzieren. Und das habe ich auch dem Dr. Gast gesagt, wenn die Krankenhäuser jetzt ganz groß schreien, wir wollen die ländliche Notfallversorgung übernehmen, dann bedeutet das auch, dass diese Krankenhäuser in irgendeiner Form quersubventioniert werden müssen. Also auch da in diesem Bereich der Finanzierung der Notfallversorgung muss unbedingt was passieren, meiner Meinung nach. Ja, jetzt ist es, also was die echte Notfallversorgung angeht, haben wir ja ohnehin Strukturen, die funktionieren auch im ländlichen Raum, auch mit der Einsatzbereitschaft der Ambulanzen. Und bei mir ist noch nicht angekommen, dass die Krankenhäuser sagen, sie wollen jetzt die Versorgung übernehmen, die sonst die Bereitschaftspraxen machen. Ganz im Gegenteil, es sollen jetzt nicht alle Menschen nachts in der Notaufnahme auflaufen, sondern... Der Gast hat das gefordert. Der Gast hat den Sicherstellungsauftrag für die Notfallversorgung gefordert. Ja, aber es gibt da, glaube ich, noch mal einen großen Unterschied. Also echte Notfälle gehören ins Krankenhaus und alles das, was die Woche über in die Gemeinschaft, äh, in die Hausarztpraxis gehen würde, das kann auch am Wochenende in die Bereitschaftsdienstzentrale gehen oder bis montags warten. Also es gibt natürlich auch Erkrankungen, die haben ein bisschen Zeit. Und dann ist das ja mal so ein subjektives Element. Sie wissen, ich habe drei Kinder. Ja, beim ersten Kind ist man noch relativ häufig beim Kinderarzt. Beim zweiten Kind weiß man schon, man kann auch mal einfach, ähm, 24 Stunden abwarten oder auch mal 48 Stunden abwarten. Und beim dritten Kind sagt man, naja, komm, eine Nacht geht noch nur Rufin und dann wird es schon besser. Und, ähm, so sind Menschen auch subjektiv motiviert, Krankheiten unterschiedlich einzuschätzen. Bei vielen Patienten würden wir uns wünschen, wenn sie eher zum Arzt gehen würden und nicht noch viel länger warten. Und, ähm, sie kennen viel genauer als alle anderen, die, die dann eine sehr hohe Konsultation und Betreuung brauchen. Und sie haben ja eben auch Personalmangel angesprochen und Nachfolge. Deswegen haben wir ja, wenn wir das jetzt wieder beleben mit dem Masterplan, uns auch Modelle überlegt, in der dieses, dieser betreuungsintensive Aspekt von Menschen, gerade in einer älter werdenden Gesellschaft, vielleicht auch nicht unbedingt von dem Hausarzt abgedeckt werden muss, sondern in dem es aufsuchende Elemente gibt, für die man nicht vollständig ausgebildeter Allgemeinmediziner oder Hausarzt sein muss. Oder in der es, ähm, eine persönliche Ansprache auf einer anderen Ebene gibt. Und das wären natürlich Elemente, da beide Welten zu berücksichtigen. Also die notwendige Betreuung und medizinische Versorgung vor Ort. Es ist ähnlich wie in den Krankenhäusern. Menschen wollen ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe für den Notfall. Aber bei der komplizierten Hüft-OP suchen sie sich natürlich trotzdem eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Meinung und eine Klinik, die ihnen zusagt, selbst wenn sie weiter weg ist. Und in diesem Spannungsverhältnis lebt der ambulante Bereich und auch der stationäre Bereich. Und wenn wir da an einem Strang ziehen, kriegen wir das gut hin, ohne dass der eine jetzt das Gefühl hat, er muss was tun oder er will unbedingt was tun. Und bei der Versorgung, wie Sie das jetzt sagen, ambulant und stationär, egal mit wem man redet, jeder sagt, wir brauchen mehr Durchlässigkeit. Jeder meint aber was komplett anderes. Und wenn wir das jetzt wieder gemeinsam beleben, im Herbst wäre ich sehr froh. Ja, freue ich mich sehr drauf. Wenn wir da eine gemeinsame Sprache und einen Weg finden. Ja, freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, das Thema Durchlässigkeit, Sektorengrenzen überschreiten und sowas ist ja ein Thema, das auch momentan in aller Munde ist. Und da habe ich auch mit dem Dr. Gasser halt auch darüber gesprochen. Auch das empfinden wir immer so ein bisschen einseitig. Ja, auch immer von Krankenhausseite immer eher die Forderung, eben halt in die ambulante Versorgung einzusteigen. Wir bieten ja auch Möglichkeiten, im vertragsärztlichen Bereich durchaus. Ich sage mal, Sie haben es gerade angesprochen, jeder Patient möchte schon in seiner Umgebung eben diese Möglichkeit einer gewissen stationären Versorgung haben. Dazu braucht es aber nicht zwingend unserer Meinung nach ein Krankenhaus. Ja, das Krankenhaus macht schon eher hochspezialisierte Leistungen, wie eben halt dann Hüftoperation oder wirklich dann Unfallverletzung. Dazu gäbe es eine Möglichkeit, ich spreche jetzt das Thema an, weil Sie es sogar auch in Ihrem politischen Programm haben, Praxiskliniken zu etablieren. Aber das wird uns immer natürlich von Krankenhausseite massiv verwehrt. Was haben Sie für Möglichkeiten oder was werden Sie für Möglichkeiten in Anspruch nehmen, vonseiten der Landesregierung eventuell, so etwas wie eine praxisklinische Versorgung tatsächlich auch für den vertragsärztlichen Bereich möglich zu machen? Sie haben ja eben gesagt, dass eine neue Bundesregierung, jetzt mal unabhängig davon, wie sie zusammengesetzt ist, eine ziemlich dicke Agenda zu bearbeiten hat, was den ganzen medizinischen Bereich angeht. Das hat viel mit den Fallpauschalen der Krankenhäuser zu tun, zwischen der Unimed in Mainz als Hochleistungsmedizin und dem kleinen ländlichen Krankenhaus mit hohen Vorhaltekosten. Das hat aber auch viele Fragen zu beantworten, die Sie jetzt ansprechen, also der Durchlässigkeit oder in welchem Sektor ist eigentlich jemand exakt tätig? Und das kann die Landesregierung nicht alleine entscheiden. Sie wissen, wir haben mit unserem Zugkonzept in Körn und in Saarburg schon erste Ansätze gemacht, an durchaus starken Standorten, sowohl bei der stationären als auch bei der ambulanten Versorgung, weil mein Ministerium auch deutlich machen wollte, das ist jetzt nicht die Resterrampe, sondern wir sind an individuellen Lösungen vor Ort interessiert und deswegen suchen wir uns auch jetzt die starken Standorte aus, um zu zeigen, so funktioniert es. Aber was da funktioniert, muss nicht unbedingt im Westerwald oder im Hunsrück oder in der Pfalz an anderen Standorten funktionieren, sondern unsere Aufgabe gemeinsam wird es sein, vor Ort die Struktur zu erheben und zu gucken, was ist da passgenau. Es kann ja sein, dass durch Zufälle zwei junge Ärztinnen und Ärzte gerade die Kassensitze angetreten haben im ländlichen Raum, man weiß, in den nächsten 20 Jahren, wenn nichts Schlimmes passiert, ist da alles in Ordnung mit der Versorgung und das kleine Krankenhaus funktioniert auch gut. Es gibt ja kleine Krankenhäuser, also in meinem Ort zum Beispiel, in Andernach, das St. Nikolaus Stiftshospital, da gab es vor zehn Jahren auch die Diskussion, ob die viel zu klein sind zu überleben, aber die wirtschaften sehr ordentlich, die funktionieren, das ist ein Krankenhaus, was eine gute medizinische Versorgung vor Ort sicherstellt, wieso soll man da jetzt schon sagen, wir müssen zwingend an ein neues Konzept sein und dann wird es andere Standorte geben, die in vergleichbarer Größe sind, aber mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben und das werden wir uns sehr individuell ansehen. Sie wissen, wir haben hunderte, tausende niedergelassene Ärzte in allen Bereichen der Tätigkeit, wir haben 100 Krankenhausstandorte in unserem Land auch und die haben alle für sich selber eine subjektive Daseinsberechtigung und trotzdem rechne ich fest damit, dass in den nächsten Jahren auch der ein oder andere Träger mit Veränderungsvorschlägen kommt und wenn man sich dann miteinander findet, nämlich stationär und ambulant und auch die gleiche Sprache spricht, dann können wir an vielen Standorten, glaube ich, dieses Versorgungsproblem sehr effektiv lösen, ohne dass sich tatsächlich etwas verschlechtert für die Menschen. Ja, wir müssen alle ein wenig von diesen Mauern zwischen den Sektoren müssen wir einfach abbauen und dazu gehören beide Seiten, das sehe ich ganz genauso. Aber Sie haben es auch gerade angesprochen, wir werden, wie gesagt, im ländlichen Bereich, haben wir jetzt schon solche Strukturen, wir werden auch kommunale Einrichtungen bekommen, eventuell kommen wir auch noch in die Situation von KV-Seite, der Gesetzgeber hat uns ja auferlegt, dass wenn wir Unterbesorgung haben, dann in Organisationsstruktur der KV vor Ort irgendwas machen müssen. Was halten Sie denn jetzt von diesen kommunalen Strukturen? Ich meine, die Kommunen in Rheinland-Pfalz, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, sind auch nicht gerade überfinanziert und wir haben immer festgestellt, wir müssen feststellen, dass eben der Bereich auch in der ambulanten Medizin tatsächlich, wenn Sie es denn ausschließlich mit angestellten Ärzten machen, eher unterfinanziert ist. Das trägt sich immer gut, so eine Praxis mit einem Arzt, der bereit ist, eben halt zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und sein volles Engagement zu machen. Aber haben Sie halt ganz normale angestellte Ärzte, dann sind Sie glücklich, auch in einem MVZ, dass er sich das Honorar erwirtschaftet, was er auch als Angestellter verdient. Das heißt, ich befürchte auch, dass diese Kommunen, und die haben auch einen sehr großen Wechsel, dass diese Kommunen dann drauflegen müssen in der Versorgung. Ist das ein Versorgungskonzept der Zukunft oder sollten wir nicht weiterhin eher auf diesen freien, niedergelassenen Arzt setzen? Also ich bin großer Fan davon, auf den freien und niedergelassenen Arzt zu setzen. Und wenn das funktioniert, gibt es ja überhaupt keinen Grund, dass die KV oder die Kommune da einspringt. Aber Sie haben ja gerade schon die KV angesprochen, unter versorgten Gebieten und auch bei den Kommunen. Das Interesse der Kommunen, zum Beispiel in ein MVZ einzusteigen und Ärzte anzustellen, ist ja, dass Sie sehen, im niedergelassenen Bereich, selbst organisiert, scheint es nicht so zu funktionieren, wie die Kommune möchte. Um dann zu sagen, wir haben vielleicht eine junge Ärztin oder einen Arzt, der in der Familiengründung ist oder nach der Familiengründung einen Wiedereinstieg machen möchte, aber eben nicht unter Vollgas mit zwölf Stunden am Tag, sondern vielleicht nur vier oder sechs. Und wenn es dann Strukturen gibt und da können wir uns verschiedene Modelle vorstellen, wie Sie die KV-Arzträger angesprochen haben, so können das auch eine Kommune sein, so können das aber auch andere Ärzte sein, die jemanden anstellen und an anderer Stelle nochmal tätig werden. Da sind wir sehr aufgeschlossen. Es gibt ja auch nochmal eine Praxisgründungsförderung und in beiden Teilen Hilfestellungen. Aber Sie haben völlig recht, das wirtschaftliche Risiko trägt dann im Ergebnis die Kommune. Und das ist vielen Kommunen sehr bewusst. Und wir haben Kommunen, die sagen, das gehört aber zur Daseinsvorsorge und wir wollen da trotzdem überlegen, einzusteigen. Und was die kommunale Finanzausstattung angeht im Land, wir haben ja seit einigen Jahren, seit Ministerpräsidentin Malu Dreyer das umgestellt hat, im Saldo Überschüsse der Kommunen im Land. Das ist natürlich nicht gleich verteilt. Überschüsse heißt nicht, jeder hat einen Überschuss, sondern wir haben im Schnitt Überschüsse. Das ist wie überall auch. Und nichtsdestotrotz geben wir wahnsinnig viel Geld in den kommunalen Finanzausgleich. Der ist allein im letzten Jahr um eine Milliarde gestiegen. Das heißt, die Kommunen haben eine Milliarde mehr als vorher. Und auch unter Corona sind sie die einzige staatliche Ebene, die jetzt keine Defizite gemacht hat, weil wir es abgefedert haben. Und da wird es schon den einen oder anderen geben, der sagen, wenn das meine einzige Chance ist, meiner Bevölkerung einen Arzt hier anzubieten, dann sind sie vielleicht bereit, diesen Weg zu gehen. Aber für mich wäre es viel schöner, wenn die Kassensitze, die es gibt, natürlich auch so zusammentreffen, dass sich MVZs bilden können, sich zwei oder drei Ärztinnen und Ärzte zusammentun. Aber wir haben jetzt ja einige Beispiele schon miteinander, dass manchmal nicht der richtige Kassensitz frei wird, um ein MVZ zu gründen. Also das ist jetzt nicht in den unterversorgten Bereichen, da ist es was einfacher, aber es gibt ja auch in Ballungszentren den Wunsch nach MVZs und es ist dann manchmal einfach nicht Triviales zu lösen. Aber da sprechen wir gerade auch ein heiktes Thema an, eben halt diese Überregulierung, die wir haben im System. Anstatt, dass wir gewisse Regularien, die eigentlich nicht mehr notwendig sind, abschaffen, versuchen wir sie immer feindliedriger und noch exakter auszugestalten. Ich nenne jetzt mal Bedarfssplanung. Das ist ein Instrument, das gestaltet worden ist zu dem Zeitpunkt, wo wir eben eine erste Schwemme hatten, wo eben Gefahr bestand, dass die Sozialversicherungssysteme überbelastet werden durch zu viele Ärzte. Und dieses Instrument führen wir immer noch weiter durch und oftmals sind diese Instrumente eben hinderlich, tatsächlich vor Ort irgendwas zu gestalten, weil dann eben halt ausgerechnet dieser junge Arzt, der sich statt niederlassen möchte oder sowas eben in einem sogenannten überversorgten Bereich sich befindet und diese ganzen Prozentzahlen sind sowieso dann eher zu hinterfragen, weil man auch in einem überversorgten Bereich wie der Stadt Mainz teilweise Probleme hat, einen Fahrradstermin zu bekommen und lange Wartezeiten in Angriff nehmen zu müssen. Also ich glaube, und das ist auch wieder da, denke ich, mein Gott, ich habe dieses Papier gelesen, Strategiepapier von der AOK, wo sie eben halt wieder sagen, mehr Regularien, mehr Regresse, mehr Kontrolle. Mit diesen Maßnahmen werden wir keinen jungen Menschen dazu bekommen. Ich habe lange meinen eigenen Sohn überzeugen müssen, in eine Praxis zu gehen. Er hat gesagt, Papa, ich bin nicht wie du. Ja, das ist mir alles zu viel. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir müssen es den jungen Menschen tatsächlich erleichtern und wir müssen Regularien abbauen. Wir sitzen hier von Bergen von Papier, das sind alles Widersprüche. Paragraf 106 von den Krankenkassen, da geht es um 28,50 Euro wegen irgendeinem Medikament, wo die Krankenkasse sagt, na, das hätte aber in dem Fall mit der Diagnose nur verschrieben werden können und die Diagnose fehlt nun und deswegen muss der Arzt die 28,50 Euro bezahlen. Das macht dann keinen Spaß, unter diesen Bedingungen zu arbeiten und da kann ich die jungen Leute verstehen. Ja, und trotzdem ist da auch die Welt nicht schwarz-weiß. Also, die Bedarfsplanung hat ja durchaus eine Berechtigung auch heute noch. Wenn Sie die jetzt einfach komplett abschaffen würden, würde nach meiner Vermutung die Herausforderung im ländlichen Raum noch größer werden, an der einen oder anderen Stelle. Also, damit einen Seismografen zu haben und es deutlich zu machen, wo haben wir Herausforderungen, wo muss man genau drauf gucken und wir haben ja Situationen, in denen die Überversorgung nach fünf Kilometern schon wieder endet und es eine massive Unterversorgung gibt in der Bedarfsplanung, dann kann man sagen, nein, die fünf Kilometer kann ja jemand auch noch fahren, aber Rheinland-Pfalz ist halt sehr fein und sehr kleingliedrig. Und Regularien abbauen oder Bürokratie abbauen, das ist leichter gesagt als getan, das sind ja immer so Schlagworte. Es gibt ja auch viele Dinge, wir haben das jetzt in der Pandemie gemerkt, wo es dann mal für eine gewisse Zeit sehr gut und sehr einfach ist, zu sagen, wir lassen jetzt mal Fünfe gerade sein und machen es anders. Auf der anderen Seite haben sich viele dieser Regeln ja nicht Menschen ausgedacht, um anderen Menschen was Böses zu tun, sondern die meisten Regelungen, die es da gibt, die sind entstanden, weil es an manchen Stellen missbrauchsanfällig war. Und das jetzt einfach über Bord zu werfen, kann dann auch einen gegenteiligen Effekt haben, den nicht gewollt ist. Deswegen lohnt es sich da immer sehr im Detail drauf zu gucken. Das ist richtig, aber wir führen sie immer, das ist ähnlich wie in der Qualitätssicherung. Also die Qualitätssicherung, da kommt immer die nächste Qualitätssicherung zur übernächsten Qualitätssicherung. Und statt irgendwo mal zu sehen, wow, die Qualitätssicherung, die hat echt was gebracht, das ist besser geworden, in dem Bereich sind wir safe. Also setzen wir die Qualitätssicherung mal aus, bevor wir die nächste Qualitätssicherung dem Arzt wieder aufbürden. Und da finde ich, da müssen wir wirklich dann mal hingehen und mal wirklich tatsächlich die einzelnen Dinge unter die Lupe nehmen und sagen, okay, wo können wir denn mal starten. Also unsere Idee war, Bedarfsplanung, das ist eine kritische, übrigens eine ganz kritische Ärzteschaft, also wir werden da nicht geliebt für diese Aussage, dass man Bedarfsplanung mal hinterfragen sollte, weil unsere Ärzte sind natürlich, was die Bedarfsplanung angeht, das ist ja ein Konkurrenzschutz, das darf sich ja neben mir eventuell keiner niederlassen, das ist sehr günstig. Aber im ländlichen Bereich, das wäre doch mal eine Idee, im ländlichen Bereich, wir hatten es auch mit Herrn Rüttel mal angesprochen, gab im ländlichen Bereich, ich sage jetzt mal, Westerwaldkreis für die Grundversorgenden, Fächer Allgemeinmedizin, einige Facharztgruppen, tatsächlich mal die Bedarfsplanung auszusetzen und zu schauen, was passiert, fände ich ein ganz interessantes Objekt auch mal für Rheinland-Pfalz. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber wir haben ja gesagt, wir wollen den Masterplan als runden Tisch wieder beleben und das wird sicher ein Aspekt da auch sein, aber ich habe eher die Sorge, dass wir die Diskussion um die Ärzteversorgung im ländlichen Raum verschärfen und dass dann in den doch regionalen Oberzentren sich dann mehr knubbelt und es in den 30, 40, 50 Kilometer oder entfernten ländlichen Gebieten dann zunehmend schwieriger wird. Aber Sie haben die genauen Zahlen, auch der Altersabgänge und wir haben im Moment ja in diesen Bereichen eher ohnehin die Herausforderung, Nachfolger für die Kassensitze zu finden. Also mein Eindruck, dass sich Menschen ansiedeln, weil die Bedarfsplanung wegfällt. Ich weiß nicht, ob das mir richtig... Nicht ansiedeln, weil die Bedarfsplanung wegfällt, weil die, wie gesagt, die Bedarfsplanung in ihrer Struktur, also da müssten Sie Frau Dr. Moreno mal genau im Detail fragen, die ermöglicht es uns nicht immer, Lösungen zu finden. Wir sind immer wieder dann, wir kommen immer an die Grenze, dass die Bedarfsplanung uns irgendwas zerschießt. Also ein junger Arzt, der möchte sich niederlassen. So, in einem Jahr könnte er sich niederlassen, aber jetzt kann er sich gerade nicht niederlassen. Oder er will die feste Zusage von uns, diese Praxis übernehmen zu können. Können wir nicht machen, weil wir erst abwarten müssen, bis die Region frei gewartet ist und dann können wir ihm die Zusage... In der Zeit ist der schon wieder... Ist der weg. Ist der woanders. Ja, und das sind die Dinge, diese Reguleien, die es uns dann so wahnsinnig schwer waren, tatsächlich vor Ort Lösungen zu finden. Sie haben ja eben gesagt, Sie haben schon mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, des Deutschen Bundestages, auch darüber gesprochen. Das ist ja etwas, das lösen wir hier im Land nicht alleine. Ja, aber könnten wir modellhaft mal ausprobieren. Könnten wir modellhaft mal ausprobieren. Ja, wir haben das Zeichen bekommen, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die möchte ich einfach gerne stellen, weil Sie sind jetzt schon so lange im Amt. Deshalb von meiner Seite, vielleicht für den ganzen Vorstand, eine ganz wichtige Frage. Wenn man gut mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, was darf man denn auf keinen Fall tun? Also ich bin ein sehr genügsamer Mensch, wo ich gewisse Herausforderungen im Umgang habe, ist, wenn ich das Gefühl habe, man spielt nicht ehrlich mit mir. Also man kann mit mir über vieles diskutieren, man kann auch sehr hart mit mir diskutieren. Ich kann das umgekehrt genauso. Das gehört auch, glaube ich, zum politischen Geschäft dazu. Und dass verschiedene Seiten auf verschiedenen Blickwinkeln auf das gleiche Thema haben, ist normal. Und also man kann mit mir sehr intensiv und gut zusammenarbeiten, sollte aber nicht versuchen, irgendwie mich aufs Glatteis zu führen. Dann kann ich auch unangenehm werden. Aber ansonsten ist das, glaube ich, sehr angenehm. Und wir haben das ja an vielen Stellen schon erlebt. Sie haben das eben gesagt, jetzt in der Pandemie, also nicht nur in den letzten 100 Tagen, sondern auch davor in der alten Funktion. Und mein Eindruck ist, zwischen Politik und KV, Sie haben es eben angedeutet, so höflich war es ja nicht immer so leicht in den letzten Jahren. Aber dieses Corona hat auch da was gemacht, dass man nämlich die gegenseitigen Rollen etwas besser verstanden hat und dann trotzdem versucht hat, an einem Strang zu ziehen. Und wenn wir uns das ein bisschen bewahren, dann werden das, glaube ich, gute fünf Jahre, die wir jetzt vor uns haben. Gerne. Wir werden das auf jeden Fall mit aller Kraft, würde ich, also wie gesagt, auch meine Vorgängerin, also da war das Verhältnis zum Ministerium auch nie ganz so tolle. Und das war ein ganz wesentliches Anliegen, auch in meiner Legislatur, dieses Verhältnis wieder zu verbessern und aufzubauen, weil ich es für ganz extrem wichtig halte. Zu Ende nochmal drei Sätze, einfach zur Vervollständigung, ganz kurz und einfach, Gesundheitsminister zu sein, ist ein total tolles Amt und gerade in der Kombination mit der Wissenschaft wundert mich jeden Tag, warum man nicht früher auf die Idee kam. In meiner Ausarztpraxis war ich zum letzten Mal? Zum Impfen, vor zwei Monaten. Im Ausarzt geimpft worden, sehr schön. Die beste Medizin ist? Gesund bleiben. Richtig. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Es hat mir viel Spaß gemacht. Zeit ging wie im Flug, oder? Ja, danke auch.